Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um ein neues Abo-Modell bei ChatGPT, unter anderem könnte das mit Microsoft zusammenhängen. Ein weiterer Tech-Krise hat übrigens auch seine Zahlen vorgestellt und zwar Meta. Heute Abend werden dann ja noch weitere Zahlen folgen von Apple, Alphabet, aber auch Amazon. Der Tesla Cybertruck wird wohl bald in die Produktion gehen, das ist mehr oder weniger bei einem Podcast rausgekommen. JP Morgan hat das Kursziel von Ryanair erhöht und zu guter Letzt schauen wir uns nochmal die Quartalzahlen von Infineon an. Damit starten wir jetzt auch und zwar mit ChatGPT, denn die Entwicklerfirma OpenAI hat heute Nacht angekündigt, dass es ein Abo-Modell geben soll und das relativ kurz natürlich nach dem 9 Milliarden Deal mit Microsoft. 20 US-Dollar sollen die Kunden dann zahlen, um verlässlichen Zugang zur Software und auch schnellere Ergebnisse zu bekommen. Vor allen Dingen natürlich bei hoher Auslastung, das heißt also nichts anderes als, dass man bevorzugt wird. Außerdem ist ein weiterer Vorteil, dass man einen frühzeitigen Zugriff auf neue Funktionen hat oder dann bekommen wird, die dann neu rauskommen. Das heißt also, auch hier hat man einen leichten Vorteil gegenüber dem Standardnutzer. Das Ganze wird dann nach einer komplett kostenlosen Testphase eingeführt. Damit springen wir jetzt auch zur nächsten Aktie und zwar MetaPlattforms, also die Mutter von Facebook, aber zum Beispiel natürlich auch Instagram und WhatsApp. Die haben nämlich ihre Quartalszahlen vorgestellt und es ist so, dass die an sich gar nicht so schlecht sind, vor allen Dingen, wenn man sich die Erwartungen anguckt. Der Umsatz ist um 4% zwar zurückgegangen auf 32,16 Milliarden US-Dollar, das waren allerdings etwas höhere Erlöse als am Markt erwartet wurden mit 31,5 Milliarden US-Dollar. Der Quartalsgewinn ist unterm Strich um 55% gefallen auf 4,65 Milliarden US-Dollar. Auf der anderen Seite ist es recht positiv, dass man tatsächlich auch mit den Nutzern jetzt wieder etwas hochgekommen ist und zwar von 2,93 Milliarden Leute drei Monate zuvor auf jetzt 2,96 Milliarden Nutzer pro Tag natürlich gerechnet. Außerdem kommt Facebook inzwischen auf 2 Milliarden täglich aktive Nutzer. Zwei kleinere News gibt es da noch einmal, geht es um die Aktienrückkäufe, die wurden nämlich um 40 Milliarden US-Dollar hochgeschraubt und außerdem hat Mark Zuckerberg, also der Gründer und auch Chef von Meta, weitere Kostensenkungen in Aussicht gestellt. Mitte Herbst hatte man schon rund 11.000 Jobs gestrichen. Wie das Ganze jetzt aussieht mit Kostensenkungen weiß man jetzt natürlich noch nicht so ganz genau. Man könnte natürlich davon ausgehen, dass wieder weitere Stellen gestrichen werden. Kommen wir mal zu Tesla und dem Cybertruck, denn der Tesla-Chef-Designer hatte in einem Podcast gesagt, dass der Cybertruck aus gestalterischer Sicht grundsätzlich fertig ist und die Produktion dementsprechend wohl bald starten könnte. Eigentlich war der Tesla-Cybertruck ja geplant im Jahr 2021, dann verschoben auf 2022, nun auf 2023 und es soll jetzt wohl auch wirklich soweit sein. Der Produktionsstart soll wohl Mitte 2023 sein, die Serienfertigung dann wirklich Ende 2023, das heißt also es wird dann wohl auch in nicht mehr allzu langer Zeit die ersten Auslieferungen geben. Zum Preis ist im Übrigen noch immer nichts wirklich bekannt, am Anfang hieß es ja, dass er weniger als 45.000 US-Dollar kosten soll. In der Basisausführung dann hieß es später mal, dass das nicht mehr zu halten sei, also das Versprechen in Anführungszeichen jetzt mal, dass er unter 45.000 US-Dollar kostet. Wie viel es jetzt genau werden, weiß man nicht. Mittlerweile gehen so ein bisschen immer die Zahlen, ja ich sag mal durch die Foren und so weiter. Es heißt hier wohl irgendwo zwischen 55.000 und 60.000 US-Dollar der Einstiegsbereich, aber auch das kann man natürlich nicht bestätigen. Deswegen würde ich mich mit diesen Aussagen fürs Erste etwas zurückhalten. Sprengen wir einfach mal zu Ryanair, denn JP Morgan hebt das Kursziel von Ryanair an und zwar von 21,30 Euro auf 22 Euro. Die Einstufung Overweight bleibt natürlich, denn Ryanair ist davon noch sehr weit entfernt. Aktuell liegt man bei rund 15,30 Euro, das heißt also man hat hier doch noch relativ viel Platz nach oben. Der Analyst hat geschrieben, dass die Aussichten für die Sommersaison sehr gut seien, die starken Umsätze sollten dann auch die steigenden Kosten ausgleichen und das vor allen Dingen bei Ryanair und deswegen bevorzuge er Ryanair unverändert gegenüber EasyJet. Kommen wir mal zu Infineon, denn im zurückliegenden Quartal, also Oktober bis Dezember ist der operative Gewinn um 5% gestiegen auf 1,107 Milliarden Euro. Zugleich hat man einen 5%igen Umsatzrückgang gemacht, insgesamt auf 3,95 Milliarden Euro. Das entspricht dann einer Marge von 28% und damit hat Infineon selber sein Renditeziel übertroffen. Analysten hatten damit gerechnet, dass die Marge bei rund 24,7% liegt, allerdings hatten die auch mit etwas mehr Umsatz gerechnet und zwar mit 3,999 Milliarden Euro, also knapp 4 Milliarden Euro. Im zweiten Quartal wird übrigens mit 3,9 Milliarden Euro gerechnet und einer Marge von etwa 25%. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Würde uns auf jeden Fall freuen und damit sage ich danke fürs Zuschauen und natürlich auch zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.